Willkommen in diesen schicken Ford Fiesta Titanium 5-türig mit dem neuen Eco-Motor. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Fiesta ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigstem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Fünf Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Auf der Rückbank finden bequem drei Personen Platz. Zu den schicken 15 Zoll Leichtmetallferien gibt es auch noch ein Reserverad Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind komfortabel. Der Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze. Fußmatten gibt es dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sieben Airbag, ABS und ESP. Nebellampen vorne und das Reserverad Notrad. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CT-Radio gehört auch eine Lenkradbedienung und ein USB-Anschluss. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Fiesta Titanium werden Sie viel Spaß haben. Elegant kommt er daher mit viel Chrom. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Oh, gut, dass Sie nicht. Die Inspektion ist dort.